Willkommen zum dritten Teil des Themas Bildschirmobjekte anordnen und zwar dem zweiten Teil zum Thema Zuordnung. Und wir gucken uns ein spezielles Zuordnungsproblem an, nämlich das Problem der generischen Knöpfe. Über generische Knöpfe haben wir ja schon am Anfang mal gesprochen und da ging es darum, naja, wo ist das Problem? Immer wenn eine Frage gestellt wird, dann habe ich einen generischen Knopf und bei dem generischen Knopf muss ich erstmal gucken, was bedeutet denn jetzt das, was auf dem Knopf steht in Bezug auf diese Frage. Und das betrachten wir jetzt mal als ein Zuordnungsproblem, was es nämlich auch ist, nämlich auch ein räumliches Zuordnungsproblem liegt dann vor. Schaut euch dieses Bild an. Was seht ihr da? Ihr seht eine Hardcopy, wie man das damals nannte, also einen Bildschirmausdruck, ein Screenshot würde man heute sagen, ein Screenshot vom Atari ST und dieser Atari ST ist ja eines der älteren grafischen Computersysteme, also eines der ersten auf dem Markt wirklich so groß verfügbaren grafischen Nutzungsschnittstellensysteme, Konkurrenz zum Apple Macintosh, also 1985, 86 rum und das Betriebssystem vor diesem Atari ST, das war durchaus ordentlich für die damalige Zeit, aber es gab einige Designpannen da drin und eine dieser Designpannen sehen wir hier. Was ist das Problem? Wir sehen hier einen Objektauswahldialog. Wir würden heute sagen, es ist ein Dateiauswahldialog. Jetzt kann ich hier eine Datei auswählen und dann drücke ich auf OK. Und was passiert, wenn ich auf OK drücke? Wo steht denn, was dann passiert? Das steht da oben in der Kopfzeile des Bildschirms steht, was passiert, wenn ich da jetzt auf OK drücke. Und das ist richtig gefährlich, denn hier steht jetzt Datei löschen. Was kann passieren? Also vielleicht erst mal, warum gab es Datei löschen? Denkt vielleicht zurück an die Vorlesung über Computergeschichte, wo ich darüber gesprochen habe, was das für Systeme waren. Es waren Betriebssysteme, die nur mit Disketten arbeiteten. Zumindest waren sie darauf ausgelegt, dass man mit Disketten damit arbeitet und im Zweifelsfalle auch mit nur einer einzigen. Das ist hier offensichtlich nicht der Fall. Hier ist von Laufwerk F die Rede. Es muss also die Festplatte irgendwie geben. Aber wir gehen mal davon aus, wir hätten ein System, was nur Disketten hat. Gut, dann kann es jetzt sein, dass die Diskette voll ist, ich aber diesen Text ja abspeichern möchte. Was mache ich denn dann? Na, dann kann ich entweder den Text nicht abspeichern oder ich habe vielleicht eine zweite Diskette. Na, beides blöd. Eigentlich würde ich gerne vielleicht auf der einen Diskette abspeichern, würde aber gerne eine Datei vorher löschen. Aber ich kann ja nicht auf den Desktop wechseln, denn ich habe ja ein Single-Tasking-Betriebssystem. Das heißt, ich brauche die Möglichkeit, aus dem Programm heraus selber Dateien zu löschen. Und genau das sehen wir hier, was dann passiert, wenn ich diese Funktion ausgewählt habe, Datei löschen. Eigentlich wollte ich ja eine Datei abspeichern, aber konnte ich nicht, weil die Diskette voll war. Also habe ich mich jetzt entschieden, eine Datei zu löschen. Jetzt mache ich das auf, dieses Bild erscheint, das Telefon klingelt oder jemand ist an der Tür. Ich gehe zum Telefon, ich gehe an die Tür, komme hinterher wieder. Was wollte ich gleich machen? Ach klar, ich wollte abspeichern. Dann wähle ich mal den Dateinamen hier aus und drücke auf OK. Oh, das kann aber schief gehen. Dann habe ich nämlich stattdessen die Datei gelöscht. Das kann mir aber schnell passieren, weil ich ja auf diesem Bild, vor allen Dingen hier auf dem Objektauswahl-Dialog, überhaupt nicht sehe, was passiert. Ich muss ja schon wirklich oben in diese Zeitlinie hineingucken. Und dass ich das dann mache, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so wahnsinnig groß. Also es kann sehr schnell passieren, dass ich das Falsche mache. Das ist Blödsinn. Es wäre doch sinnig, man hätte anstatt OK einfach löschen auf diesen Knopf da drauf geschrieben. Das hat man aber nicht gemacht und hat das im System auch nicht vorgesehen. Denn diese Dateiauswahlboxen oder Objektauswahlboxen, wie sie hier heißen, die waren überall gleich. Da stand immer OK drauf. Da konnte man gar nichts anderes drauf schreiben. Das hat das System gar nicht vorgesehen. Dass das so ist, entspricht tatsächlich damals gültigen Normen. Und erstaunlicherweise gibt es diese Norm auch heute noch, zumindest diese Empfehlung, als ein Beispiel. Es war damals üblich, gerade so im Bereich vor dem Aufkommen von grafischen Nutzungsschnittstellen, also wo es noch textuell war, aber schon räumlich, dass man den Bildschirm einteilte. Und zwar ungefähr so, wie es da abgebildet ist. Oben stehen Statusinformationen. Dann gibt es Arbeitsinformationen, also den eigentlichen Inhalt. Darunter Steuerinformationen und Meldungen. Wenn ihr das alte Bild von der ersten Word-Version vielleicht noch im Kopf habt, die hielt sich ziemlich genau daran. Oben haben wir den Text, dann haben wir unten dieses Menü, wo wir auswählen können, was wir machen möchten. Und wenn es dazu eine Meldung gibt, dann steht das unten in der Fußzeile. Das ist genau diese Aufteilung. Naja, und der entspricht es dann eben, dass ich die Statusinformationen, wo bin ich eigentlich gerade, ganz oben hinschreibe. Und dann steht im Arbeitsbereich halt OK und Abbruch. Aber sinnvollerweise wäre es nicht so. Sinnvollerweise würde man auch in der Arbeitsinformation an dieser Stelle sagen, was passiert, wenn ich auf diesen Knopf drücke. Und das ist eine konkrete Button-Beschriftung. Wir wollen immer eine konkrete Button-Beschriftung haben. Hier haben wir nämlich ein Zuordnungsproblem. Wo steht denn, was passiert, wenn ich auf OK drücke? Na, da oben. Aber das ist doch nicht gut. Sondern ich sollte doch das, was passiert, auch dorthin schreiben, wo der Auslöser für das ist, was dann ausgelöst wird. Also auf einen Button gehört immer eine Beschriftung mit dem, was passiert, wenn man auf ihn drückt. Also das Löschen gehört hier unten hin. Ein anderes, häufig kritisiertes Betriebssystem aus genau der gleichen Zeit, die Windows-Version 1.0, Microsoft. Die hat das genau gemacht. Die hatte auch ganz viele Designfehler, ganz schreckliche Designfehler aus heutiger Zeit. Aber diesen Fehler haben sie nicht gemacht. Wenn ihr euch da das anguckt, hier steht Open direkt auf dieser Auswahlbox drauf. Da steht Open, da steht nicht OK, da steht Open. Generische Schalter. Generische Knöpfe. OK. Weiter. Ja. Nein. Und in gewisser Weise abbrechen. Kommt doch ein bisschen drauf an. Über Abbrechen werden wir später nochmal reden, was damit auf sich hat. Aber die anderen auf jeden Fall. Die haben immer das Problem, dass an einer anderen Stelle steht, was passiert, wenn ich auf die Knöpfe drücke. Das kann man jetzt argumentieren damit, dass ich dann nachdenken darüber muss, was das bedeutet im Zusammenhang auf eine Frage. Aber das Hauptproblem ist eigentlich genau dieses Zuordnungsproblem, dass ich eben nicht an der Stelle das Stehen habe. Das heißt, ich muss es suchen. Im Zweifelsfalle finde ich es nicht. Oder ich muss lange suchen. Es ist immer erzwungene Sequentialität, auf einen Button nicht drauf zu schreiben, was passiert, wenn ich ihn drücke. Es gibt reichlich Beispiele dafür. Schauen wir uns hier eines an. Das ist älter. Das ist aus der Windows 95 Schiene. Bei Windows 98 dürfte es hier sein, wenn ich mir das Design so angucke. Merkt man übrigens daran, dass es oben ein Farbverlauf in der Titelleiste ist. Den hatte Windows 95 noch nicht. Aber sei es drum. Ich will ja jetzt hier nicht irgendwie in Computerarchäologie antreten. Aber hier gibt es einige Probleme. Schaut mal unten die Knöpfe an. Ja, ja, alle. Nein, nein, alle. Erstmal gibt es hier überhaupt gar keine Frage. Oder gibt es doch eine Frage? Ja, gibt es. Oben in der Kopfzeile. Da ist eine Frage. Das heißt, diese Knöpfe hier unten antworten auf die Frage da oben. Alleine das ist schon weit auseinander. Aber selbst dann, wenn man die Frage hat und dann unten die Knöpfe, ist es schwierig zu wissen, was passiert, wenn ich darauf drücke. Freigegebene Datei entfernen. Ja, alle. Wie alle? Alle was? Alle Datei? Ja. Alle Dateien, die als nächstes auch noch so befragt würden. Das ist also für alle weiteren. Nur nicht wieder anzeigen würde man heute wahrscheinlich irgendwo so hinsetzen. Also hier haben wir auf jeden Fall ein großes Zuordnungsproblem an dieser Stelle. Wir haben sogar noch mehr Zuordnungsprobleme. Nämlich hier steht die folgende Datei. Welche folgende Datei? Wo steht die folgende Datei? Da. Warum denn wieder so weit auseinander? Und jetzt haben wir schon wieder ein Zuordnungsproblem an dieser Stelle. Das heißt, dieses Beispiel ist ein ganz schlechtes Beispiel, was Zuordnung angeht. Gut, könnt ihr sagen? Das ist ja auch uralt. Das ist ja jetzt nun bald 20 Jahre alt. Das ist älter als 20 Jahre. Was soll das denn? Warum gucke ich mir denn das noch an? Ist das heute vielleicht kein Problem mehr? Ja doch, ist es. Leider. Und wir gucken uns jetzt mal drei moderne Beispiele an. Die sind alle sehr modern sogar. Links oben. Erinnerung an Parkzeitende. Ich habe im letzten Video noch erzählt, dass ich, wenn ich irgendwo in Paderborn parke, immer diese App benutze, um zu sagen, dass ich da parke und wie lange ich da parken möchte. Ein Vorteil dieser App ist, dass sie einen kurz vor Parkzeitende daran erinnert, dass das bald soweit ist. Und dann kann man das verlängern. Das ist sehr praktisch. Man muss nicht zum Auto hinrennen. Aber das kennt ihr wahrscheinlich auch alle, wenn ihr Autofahrer seid zumindest. Ja, und was kriege ich hier zu sehen? Erinnerung an Parkzeitende. Abbrechen. Okay. Wofür steht denn okay? Wenn Sie Parkzone Westernmauer verlängern möchten, klicken Sie bitte auf okay. Gut. Das heißt, es steht irgendwo erst mitten im Text, was passiert, wenn ich auf okay klicke. Und dieses ist in dieser Falle sogar noch irritierend. Denn ich könnte mit okay auch einfach meinen, dass ich das akzeptiert habe. So wie sonst bei einer Meldung auch manchmal unten einfach okay dran steht. Parkzeitende. Ja, gut. Okay. Aber das ist nicht gemeint. Wenn ich auf okay drücke, kann ich die Parkzeit verlängern. Das mache ich natürlich nicht automatisch. Ich muss das schon nochmal bestätigen. Also ich kaufe nicht versehentlich irgendetwas. Trotzdem ist das irritierend. Schaut euch das Beispiel rechts an. Excel auf macOS in diesem Fall. Es befinden sich eine große Menge von Informationen in der Zwischenablage. Wollen Sie diese Informationen später in andere Programme einfügen? Klicken Sie Ja, um diese Informationen in der Zwischenablage zu behalten und sie später einfügen zu können. Klicken Sie Nein, um die Informationen in der Zwischenablage zu löschen und Speicher freizugeben. Und dann kriegen wir Abbrechen, Nein und Ja. Ich muss das Ding schon fast komplett durchgelesen haben, damit ich genau weiß, was Ja und Nein bedeuten. Vor allen Dingen, was bedeutet eigentlich Abbrechen in diesem Zusammenhang? Was passiert dann eigentlich? Steht überhaupt nirgends, ne? Das ist nämlich die Frage, was habe ich eigentlich gerade getan? Was ich dann abbreche? Also Abbrechen auch ein bisschen kritisch an dieser Stelle. Und wenn ich nur Ja und Nein sehe und lese den fettgedruckten Text oben, es befindet sich eine große Menge von Informationen in der Zwischenablage. Nein, ich widerspreche ja jetzt nicht meinem Computer an dieser Stelle. Ich muss also tatsächlich dieses ganze Ding irgendwie lesen. Ach, warum steht denn nicht an dieser Stelle bei Ja Zwischenablage behalten, bei Nein Zwischenablage löschen? Das würde doch ausreichen an dieser Stelle und wäre viel hilfreicher als Ja und Nein. Total ärgerlich. Ja, es ist heute so, dass es eigentlich eine Tendenz gibt, dass Knöpfe eher konkret beschriftet werden. Auch die Design Guidelines gaben das her, dass sie eher konkret beschriftet werden. Vor allen Dingen bei Apple wurde das auch sehr konsequent so umgesetzt. Bei Windows auch, bis Windows 8 kam. Und mit Windows 8 und Windows 10 haben auf einmal wieder diese Ja, Nein, Weiß nicht Antwortmöglichkeiten Einzug gehalten. Also hier seht ihr das auf der linken Seite. Windows-Karten den Zugriff auf genaue Position erlauben. Ja, Nein. Also wir haben wieder die klassische Ja, Nein Sache. Anstatt, dass auf dem Knopf draufsteht Positionsbestimmung erlauben, Positionsbestimmung nicht erlauben. Das wäre doch hier genauso gut möglich. Was soll das? Warum ist das so? Es ist unverständlich. Es gehört auf die Knöpfe drauf. Was passiert, wenn ich auf die Knöpfe drücke? Das bezieht sich übrigens nicht nur auf diese Knöpfe und diese typischen Ja, Nein Sachen, sondern auch auf weitere Dinge. Dieses hier oben links ist ein Tor-Browser, den ich mir mal testweise installiert habe. Und da seht ihr jetzt eine Hinweismeldung, dass hier eine Website versucht, irgendwie rauszufinden, wer ich denn sein könnte oder mich zu tracken mit einer interessanten Technik über HTML5 Canvas Bilddaten. Dann brauchen wir jetzt nicht darauf einzugehen, was es damit auf sich hat, denn darum geht es nicht. Die Auswahl, die ich hier kriege, heißt nicht jetzt, niemals für diese Internetseite und in der Zukunft erlauben. Auch das sind generische Aussagen. Die kann ich für alle möglichen Arten von Fragen und Meldungen dieser Art bereitstellen. Die sind generisch. Die sagen nicht, was passiert, wenn ich das jetzt mache. Was passiert denn? Was nicht jetzt? Was in der Zukunft erlauben? Was niemals für diese Internetseite? Ich muss also auch wieder diesen Text lesen und dann vor allen Dingen die Frage unten finden. Unten haben wir Einschreiberoptionen von Panda, also von Moodle-Derivat hier. Und da steht unten rechts weiter. Was passiert bei weiter? Melde ich mich dann sofort in diesem Kurs an oder was passiert, wenn ich da auf weiter drücke? Es steht nicht da, was passiert, wenn ich auf weiter drücke. Auch das ist generisch. Auch weiter ist meistens generisch. Also denkt dran, ja, nein, okay sind generische Buttons, aber abbrechen, weiter, mehr, nicht jetzt, in Zukunft erlauben, auch. Und man sollte immer vorsichtig sein, solche generischen Buttons irgendwo zu verwenden. Es gibt in der Regel bessere Alternativen dazu. Wir haben das mal untersucht mit einem Eye-Tracker und haben mit dem Eye-Tracker geschaut, wie der Unterschied ist, wo die Leute hingucken, wenn wir mal generische Knöpfe haben und mal nicht generische Knöpfe haben. Und ihr seht es jetzt hier. Das ist eine ziemlich Standard-Fehlermeldung. Wir haben ein Dokument bearbeitet, aber haben das noch nicht abgespeichert. Und dann kriegen wir eine Fehlermeldung, die uns darauf hinweist. Und jetzt zeige ich euch zwei Augenpfade. Und die sind ein bisschen idealtypisch. Wir haben die tatsächlich beobachtet, diese Pfade. Aber es sind natürlich welche, an denen ich das gut zeigen kann. Das heißt, es gab Leute, die haben das mit den generischen Knöpfen besser gemacht. Und es gab auch Leute, die haben es mit den konkreten Knöpfen schlechter gemacht. Aber insgesamt konnten wir die Tendenz beobachten. Und ich zeige euch, wie gesagt, jetzt zwei Extrembeispiele. Also, was haben wir hier? Wir haben hier generische Knöpfe. Und jetzt guckt mal, wie die Leute sich das angeguckt haben. Wir gucken oben erst sich das an. Und dann einmal unten auf die Buttons. Und jetzt geht es so quer da drüber. Und dann liest jemand den ganzen Text durch. Um dann am Ende auf Ja zu klicken. Gucken wir uns das gleiche mal an mit konkreten Button-Beschriftungen. Jetzt steht auf den Buttons mehr drauf. Ansonsten hat sich der Text dazwischen gar nicht verändert. Und was passiert jetzt? Einmal oben gucken. Zack, fertig. Der Button unten hat genügend Informationen geliefert, um sofort sagen zu können, was man tut. Das ist vor allen Dingen dann der Fall, wenn man damit vertraut ist. Also wenn man nicht mehr die Notwendigkeit hat, dazwischen zu lesen, was das jetzt eigentlich bedeuten könnte, was da steht. Wir werden über diese Gestaltung von Meldungsboxen noch einmal sprechen. Und zwar dann, wenn es um Rückmeldungen geht. Und dann gucken wir uns nochmal an, wie man das eigentlich noch besser machen kann als hier. Denn das ist auch nicht ideal, was die Zuordnung angeht. Aber dazu ein bisschen später was. Wie ist es mit Abbrechen? Ich habe eben gesagt, Abbrechen ist in gewisser Weise ein Grenzfall. Grundsätzlich ist Abbrechen auch generisch. Das muss man schon sagen. Nur ist Abbrechen häufig eindeutig. Also wenn ich hier zum Beispiel dieses Fenster habe, wo oben steht Medienarchiv wird kopiert und dann steht unten Abbrechen. Dann muss ich sowieso, um überhaupt abbrechen zu können, mir erstmal Gewissheit darüber verschaffen, was hier gerade passiert. Das heißt, ich muss diese anderen Informationen sowieso gelesen haben. Und dann ist das Abbrechen eigentlich nicht weiter problematisch. Und an dieser Stelle ist auch klar, was ich abbreche. Ich kann das eigentlich nicht fehlinterpretieren. Ich könnte unten draufstehen, Kopie abbrechen. Es würde nicht schaden. Es wäre möglich. Es wäre ein Wort mehr, was ich noch mehr lesen muss. Dafür ist es etwas eindeutiger. Es ist eine Abwägung, die wahrscheinlich bei Null herauskommt, wenn ich sie durchführe. Aber es gibt Situationen, in denen ich Abbrechen auf jeden Fall vermeiden muss. Und zwar dann, wenn das, was ich abbreche, selber eine beendende oder abbrechende Aktion ist. Wie hier den Total Commander. Im Total Commander gab es die Möglichkeit, es ist ja so ein Dateiverwaltungssystem, ähnlich dem Explorer. Ein bisschen nerdiger, ein bisschen technischer. Und da habe ich halt auch eine Kopieaktion gehabt. Und da habe ich auf Abbrechen gedrückt. Und dann kommt Abbruch durch den Benutzer und darunter wieder OK und Abbrechen. Und da machen mir doch die generischen Knöpfe Bauchschmerzen, beziehungsweise Kopfschmerzen vielleicht eher. Denn Abbruch durch den Benutzer ist sowieso schon mal ein komischer Text. Weil das bin ich ja. Und worauf weist mich das jetzt hin? Warum nennt mich das Ding jetzt auf einmal den Benutzer? Und was passiert, wenn ich auf OK drücke? Dann sage ich OK zum Abbruch durch mich selber. Und wenn ich auf Abbrechen drücke, dann breche ich das Abbrechen ab. Um Gottes Willen. Hier gehören auf jeden Fall konkrete Button-Beschriftungen hin. Das kann man in verschiedenen Gütestufen haben. Rechts zum Beispiel haben wir wieder eins, wo man sich fragen kann, ja, warum steht denn da nicht konkret, was es ist? Das ist hier aus Keynote, also der Software, die ich hier gerade benutze, um diese Veranstaltung auch zu halten, um diese Folien euch anzuzeigen. Da steht drauf, exportiere deine Präsentation und dann habe ich lauter Auswahlmöglichkeiten. Und unten rechts steht weiter. Warum steht denn da weiter? Warum steht denn da nicht drauf, was eigentlich passiert, wenn ich auf weiter klicke? Es passiert nämlich, dass ich PDF-Datei exportiere. Die drei Punkte bedeuten übrigens immer, das ist so ein Standard, der nicht immer eingehalten wird. Aber wenn drei Punkte da stehen, bedeutet es, dass danach noch mehr kommt. Also es kommt noch eine Dateiauswahl, wenn ich das mache und es wird nicht direkt getan. Dann würden keine drei Punkte da stehen. Gut, aber trotz alledem könnte da konkret stehen PDF exportieren. Denn das ist ja das, was passiert, wenn ich da unten klicke. Auf der linken Seite hat man das sehr perfektioniert. Da geht es um eine Software, die man kaufen kann. Und ja, da kann ich jetzt Dinge eingeben. Und unten auf dem Knopf, unten in der Ecke, unten rechts, da steht Zahlen 4899. Das heißt, es steht da nicht etwa nur OK oder weiter. Das wäre generisch bis zum geht nicht mehr. Es steht auch nicht bezahlen, was schon ziemlich konkret wäre. Sondern es steht da Zahlen 4899. Das ist grammatisch ein bisschen kritisch. Aber es ist eine sehr, sehr konkrete Information an dieser Stelle. Das heißt, es kann mir eigentlich nicht passieren, dass ich versehentlich 20 Stück kaufe oder irgendwie sowas. Dann würde nämlich unten stehen Zahlen irgendwie 900 Euro. Sondern ich sehe, wie viel ich davon, wie viel ich bezahlen muss an dieser Stelle. Es ist sehr, sehr konkret. Das ist eigentlich ideal, wenn es denn so weit geht mit der Konkretheit. Und es ist immer ein Zuordnungsproblem. Wenn dort die 4899 nicht stünde, müsste ich mir diese Information zu diesem Zeitpunkt von woanders besorgen. Und das wäre oben. Und bei weiter rechts muss ich mir auch die Information, was passiert, wenn ich auf Weiter klicke, woanders besorgen. Und zwar an zwei Stellen. Nämlich einmal exportiere deine Präsentation und darunter in der Auswahl PDF. Also immer ein Problem der Zuordnung. Und wenn ich auf den Button draufschreibe, was er tut, dann habe ich Kollokationen gemacht. Also bitte an alle von euch keine generischen Knöpfe verwenden. Nie wieder generische Knöpfe verwenden. Wenn das das ist, was ihr aus dieser Vorlesung gelernt habt, dann hat es viel gebracht. Danke sehr. Bis zum nächsten Video.